As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Wie unschwer zu sehen, befinden wir uns inmitten der Winterzeit und viele der tugendhaften Vorfahren haben sich gefreut, als diese Jahreszeit eingebrochen ist. Omar ibn al-Khattab beispielsweise sagte, As-shita'u ranimatul abedin. Er sagte, diese Winterzeit ist die Zeit, wo diejenigen, die viele Anbetungen verrichten, in dieser Zeit können sie richtig dick Beute machen. Warum? Weil die Nächte sehr lang waren für das Nachtgebet und die Tage sehr kurz waren für das Fasten. Abdullah ibn Mas'ud, es wird überliefert, dass er sagte, Marhaban bishita'u, er hat sozusagen die Winterzeit herzlich willkommen und sagte, Willkommen o Winterzeit und Abdullah ibn Mas'ud gehört zu den Gelehrten des Korans, sodass er in der Nacht sehr, sehr lange stehen konnte für das Gebet. Auch wird überliefert von Hassan al-Basri, dass er sagte, Ni'ma zamanu al-Mu'mini as-shita'u. Er sagte, welch vorzügliche und schöne Zeit ist es doch für den Gläubigen, die Winterzeit. Warum? Weil die Nacht sehr lang ist für das Gebet und der Tag sehr kurz für das Fasten. So haben die tugendhaften Vorfahren oder so sind sie mit den Jahreszeiten umgegangen. Es gibt auch die andere Seite der Medaille, dass viele Gefährten sich gefreut haben, wenn der Sommer eingetreten ist, damit sie den langen Tag fasten und sozusagen für Allah subhanahu wa ta'ala opfern und Dursten und Hungern, hoffend auf Belohnung und Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, diese langen Nächte zu nutzen in der Anbetung, im Zikr, in der Koranrezitation und so weiter. Ha'adha wa'allahu a'alam. Walhamdulillahi rabbil alameen.